Liebe Wölfe, ich freue mich sehr, unser Chefcoach ist da und der hat seinen Vertrag verlängert. Stefan Lerch, herzlichen Glückwunsch zur Verlängerung. Warum bleiben Sie denn bei uns? Weil es mir unheimlich viel Spaß macht, hier in diesem Verein, mit dieser Mannschaft, mit diesem Team, hinter dem Team zu arbeiten. Ich fühle mich sehr wohl hier in Beuysburg und deswegen war es für mich klar, dass ich diesen Vertrag auch gerne verlängern möchte und bin sehr dankbar und glücklich darüber. Die erste Trainingseinheit steckt jetzt in den Knochen. Gestern gab es schon den Laktat, erst heute ging es dann auf dieses wunderbare Grün hier raus. Toller Platz im Übrigen. Was stand heute auf dem Plan? Erstmal wieder locker an den Ball kommen, wieder reinkommen? Ja, genau so war es. Die Spielerinnen haben ja doch eine relativ lange Pause gehabt. Es war kein Turnier jetzt im Sommer für die Nationalspielerinnen. Insofern haben, glaube ich, die meisten mal die Fußballschuhe zur Seite gelegt und erst heute wieder geschnürt. Und deswegen ging es darum, wieder reinzukommen, sich an den Ball zu gewöhnen. Aber die Freude hat man allen Spielerinnen auch angesehen, dass sie wieder Bock haben, auf dem Platz zu stehen. Und deswegen war es ein lockerer Auftakt mit vielen Passagen mit Ball, einer kleinen Spielform hinten raus und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ein paar neue Gesichter gibt es auch, unter anderem Sarah Dorsen von der SGS Essen zu uns gekommen. Was für einen Eindruck haben Sie von den fünf neuen Spielerinnen, wenn man die Oste U20, die beiden dazu nimmt? Ja, also alle Spielerinnen sind auch sehr gut gelaunt gewesen, die jetzt hier sind oder die dabei waren heute beim Training. Ja, sie sind sehr offen, strahlen Zuversicht aus. Und ich glaube, sie freuen sich, dass sie jetzt hier in Wolfsburg angekommen sind, dass sie hier mit dieser Mannschaft trainieren dürfen. Und genauso geht es auch uns, dass wir glücklich sind, diese Spielerinnen für uns gewinnen zu können. Und ja, wir werden sehen, wohin der Weg geht mit diesen Spielerinnen. Wir freuen uns darauf und heute war schon mal ein guter Auftakt. Der Auftakt ist gelungen. Jetzt steht eine knackige Vorbereitung an. Sonntag geht es schon zu Holstein Kiel zum ersten Test. Aber geben Sie uns gerne einen Ausblick auf die Vorbereitung. Was steht an? Wo greift man wieder darauf zurück? Wo reist man hin? Ja, die Spielerinnen haben sehr, sehr gut gearbeitet jetzt schon vor der Vorbereitung sozusagen mit ihren Plänen. Da haben sie wirklich schon eine gute Grundlage gelegt. Die wollen wir aufgreifen. Die wollen wir natürlich auch weiter ausbauen in den ersten Wochen. Vor allem da nochmal den ein oder anderen konditionellen Reiz setzen. Und dann geht das natürlich in Richtung Trainingslager immer mehr in den taktischen Bereich. Für uns ist das Trainingslager natürlich das Highlight in der Vorbereitung. Wir haben zwei Testspiele, zwei sehr wichtige und gute Testspiele im Trainingslager. Bis dahin wollen wir einfach diese Grundlage weiter ausbauen, schon einen Grundstein legen und dann im Trainingslager in Österreich dann gerade da im taktischen Bereich arbeiten, bevor die Spielerinnen dann wieder zur Nationalmannschaft reisen. Und so wollen wir eine gute Grundlage legen für die großen Herausforderungen und für den schwierigen Start in die neue Saison. Sie sprechen den Start noch an. Würde ich gerne auch noch thematisieren. Das ist nämlich ein bisschen kurios. 8. September, der DFB-Pokal, dann englische Woche direkt mit der Champions League und dann geht es erst in der Liga los. Was denken Sie darüber? Ja, es ist eine neue Situation für uns. So sind wir jetzt auch noch nicht gestartet in die Saison. Aber es ist jetzt keine unbekannte Situation, dass wir mit einer englischen Woche umzugehen haben. Deswegen werden wir sehen, wie sich das anfühlt. Aber wir können damit umgehen. Wir haben die Spielerinnen dazu, wir haben die Qualität, wir haben aber auch die Breite im Kader, um also auch in Richtung Frankfurt, in das erste Ligaspiel, uns entsprechend vorzubereiten. Und deswegen sind wir da sehr optimistisch, sind gespannt, wie sich das anfühlen wird. Wir freuen uns, dass natürlich auch gleich die Champions League ins Haus steht. Das ist auch immer eine besondere Sache. Und dann aber auch gleich den Fokus auf das erste Spiel, was sehr, sehr schwer werden wird gegen Frankfurt. Deswegen auch da wieder eine neue Herausforderung. Die gehen wir an. Wir sind optimistisch, freuen uns drauf. Herzlichen Dank und einen guten Start Ihnen. Danke. Danke.